Hallo Leute, zu einer weiteren Folge in TDD, heute zusammen mit folgenden tolle Leuten, nämlich Shiri, Magnus, Gigix, Frigo, Delo, Karolstar und mit dem Jörg Schwunter. Einen wundervollen guten Engel. Was ist das denn hier für'n Schützenkeller? Was ist das denn hier für'n Schützenkeller? Äh, nicht, dass ich wüsste tatsächlich, was hier... Also, ja. Sind wir hier in Frankreich 1918 oder was? Ja. Keiner. Entschuldigen Sie mal bitte, dass ich bin empört. Empört? Er ist empört. Oh nein. Empört. Oh, ich hab sieben Schaden kassiert, erstmal ausrasten hier. Mal ausrasten. Hi. Ausrasten, Frigo, ausrasten. Oh nein, nein, nicht ausrasten, Frigo. Ausrasten, Frigo. Ausrasten. Ausrasten. Ich raste gleich ein. Wer raste denn da aus? Ich hör wirklich ausrasten. Ich hör ja aus die ganze Zeit. Achso, Josh schießt die ganze Zeit. Hör und hört. Hör und hört. Hör und hört. Ich hab vier Schaden gemacht. Neun an der Zahl. Ja, das sind zwei mehr als du mir. Wo bist du? Ja, dann hier oben. Ich bin hier oben. Bitte schießen. Hallo? 19 Schaden. Guter Herr. 19. Hi. 19,5. Aber 19 ans Gesamt. 19,4 Damage. Rüdiger. Ich schwöre mir Rache. Du schwörst dir Rache? Das macht gar keinen Sinn so. Ich schwöre mir Rache. Dafür stirbt Magnus. Ich schwöre mir Rache. Ne, das zieh ich ja jetzt anders. Das zieh ich nicht ein. Bananen! Hallo Magnus! Magnus wirft Bananen! Bananen! Magnus ist der Bananen. Verdammt! Der Magus mal wieder. Ja oder das war gut. Der Magus ist... Dalo, geht's dir gut? Nein! Ich hab halt... Frigo, warum? Frigo, was? Dalo, du hast Frigo getötet. Ja, hab ich auch. Okay, warte. Jetzt hab ich noch kaum Leben, okay? Ja, was ist die... Warte mal. Magnus. Warte, was? Karrik, hast du vom Klettern noch? Ich glaube, ich bin ein bisschen possessed. Was ist das denn? Oh. Oh. Hä? Hä? Nein! Meine Pusse, sie läuft rückwärts! Was? Ja, ich hab mir was zu heilen, oder? Ja, ich hab mir was zu heilen, oder? Ich hab mir was zu heilen, oder? Ich kann was zum heilen kaufen. Mag was? Ich bin hier oben. Ja, dann komm runter. Ich mach gar nichts. Okay. Jetzt mach mal was. Warte mal, ich mach auch mal was. Weißt du? Ich bin hinten. Ich hab mich irgendwie raus. Nein! Hey! Wo ist der Hinn? Hier! Alter, geil. Ich bin mit der wahlgelust. Danke. Seht mich halt nicht dahinten. Inno. Ist leer? Wieso ist die Pistel leer? Ich schätze mal, du bist die komische andere Rolle von den T-S. Nein, meine Melonen sind auch leer. Okay, G-Jicks. Wir haben es geschafft. Meine Präsession... Im Minusbereich, beim Minus 1500 Punkten. Also, ich hab den Server gehackt, glaube ich. Nein. Ich konnte nichts mehr machen. Nein. Ich hab's dritten, dritten Mal... Also, beim zweiten Mal war ich schon so ein bisschen skeptisch, beim dritten Mal erst um. Okay. Ich hab daneben geschossen. Josh? Ja? Das Geld für die erhöhte Traitor-Chance überweist ich dir nachher. Oh. Rego, willst du eine Melone? Oh. Ich möchte da... Was? Ja, 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 ja. Ich hab Hunger, hört auf, ey. Ich hab doch auch schon die ganze Menge. Die Melonen sind so Settig. Meine Melone ist weg. Danke. So, ab geht's ins Büro mit der Pizza. Hier wird gehühnchen... Hier wird gehühnchen, ich dachte. Gehühnchen? So. Wo wird gehühnchen? Ja, hier in dem Raum ist ein Hühnchen. Nee, dann ess ich hier nicht meine Pizza. Oh, Frigo, bist du Traitor? Ja, ja. Nicht, dass es mich noch die Pizza weg ist. Ja, ja, das wär noch ziemlich schrecklich. Du kannst mich nicht übersehen, Gixi. Alter, Frigo. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Oder bist du Tee, Frigo? Oh, hi. Wollen wir Frigo abschließen? Ich weiß es nicht. Ich frag für einen Freund, der Traitor ist. Darf man Frigo abschließen? Ja, würd schon Ja sagen, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Catch me, catch me! Okay, Alter. Er sagt Catch me, also darf man schießen, oder? Ja. Bestimmt. Wusste denn. Wann mal. So, jetzt ganz seriös wieder. Wurde angeschossen wie unfair. Weiß ich auch nicht, ey. Bist ein Jant so sehr? Also ich predikte, Gixi ist ganz stark Traitor, so wie sie hinterherläuft. Du bist so low, ich würd dich gern finishen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man Alien-Cat verloren kann. Oh, ich, ich bin kein Seri. Ich hab mich grad sauer erschrocken. Da bin ich ganz ehrlich. Oh mein Gott. Wow. Boah, ich hab mich echt nicht gesehen. Warum, warum ziehen ja nicht alle auf mich grad? Weil du mit Lion-Cat auf uns zielst. Ja. Da hast du deinen Frontfigur. Untersuch sie, untersuch, untersuchen. Dalo? Dalo hat Frigo geshüttet. Oh, war so wie man ist. Was? Da-Dalo ist es. Da-Dalo ist es. Das war doch klar, dass Survivalist ist. Gibt's denn hier an Catgun überhaupt einen T-Shop? Nein. Ich glaub nicht. Da gibt's nur P-Suite. Das hat nicht mehr so wie man... Oh, sorry, Magnus. Ich weiß nicht gar nicht. Was? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist auch ein Witz. Jetzt bin ich verwirrt. Was? Das ist erst Day-Lo. Und dann wirft er so... Okay, es war auch... Oh, links hoch. Oh. Hallo. 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 Ein Bumerang. Oh, was ist das denn? Warte, Bumerang? Bumerang. Ah. Sag ich doch Day-Lo. Aber Day-Lo ist low. Und jetzt. Bumerang hin. Bumerang zurück. Ja, ich... Oh, schießt mal auf mich. Ja, Day-Lo. Weiß ich nicht. Äh, so wär's jetzt bei... Day-Lo! Verdammt! Nein! Hä? Als ob Josh das so gut... Dann Josh. Nein! Nein! Zwei Mal! Zwei Mal! Zwei Mal! Zwei Mal Sachen, die überzeugend waren. Josh, bitte nimm den Vertrag auf. Okay. Oh, wow, Josh. Oh, wow, Josh. Was? Ich hab... Ich hab eigentlich gar nichts gemacht. Ich hab mir den Bumerang geholt. Hab ihn eigentlich nur einmal in die Luft geworfen und bin rumgelaufen. So cool. So cool. Nee, aber ich war ja von Anfang an, hattest du irgendwas gemacht, wo ich dachte, okay, okay, er ist echt. Ich würd grad sagen, es war erst, wo ich Fliege runtergeschubst hab vom Dach. Äh, ja. Nee, wrong, das ist jede Runde. Also... Verdient er das. Verdient. Jeder hat... Jeder ist aber nur durchs Helles verstanden. Jetzt ist doch die Wahrscheinlichkeit eigentlich relativ hoch, dass Trigger wieder Traitor ist, oder? Ja. Aber selbst ist Salami drauf, ne? Ziemlich. Oh! Äh, Traitor. Traitor! Traitor! Äh, Traitor! Wir sind alle Traitor! Ah, ich kann nicht sagen, was ich bin. Wir sind alle Traitor! Denn wir sind keine Innos. Ach, du bist Nekro? Nein, ihr seht sowieso alle, was ich bin. Du bist... Du bist blau! Nja, ich bin getrunken. Halleluja! Was ist das? Aua! Halleluja! Ich liebe die... Sie hat sogar mich da hinten noch getroffen. Also, ich bin gesund. Ich bin auch gesund. Ich bin auch gesund. Ich bin auch nicht in der Nähe. Ich muss für die Heiligkeit scheinen nicht abzufärben. Die Wahrscheinlichkeit scheint abzufärben? Was nicht? Die Heiligkeit. Die Heiligkeit. Die Heiligkeit. Die ist unheilig. Ah! Unheilig! Geboren, um heilig zu sein. Ja, das ist Schiri. Geboren, um Titel scheiß zu machen. Magnus, ich möchte dir was präsentieren. Dann präsentieren. Oh, eine Melode. Warte, ich mach mal die Tür zu dabei. Gefällt dir das? Warte. Oh, ja geil. Du hast sie fallen gelassen. Aber das ist... Und ich hör doch mal. Oh, was? Hi, Josch! Wo kommst du denn her? Ja. Ich hab das Gefühl, dass Gixi ein großes bisschen Schalter ist. Äh, hier liegt ne Leiche? Ja, und da fliegen hier auch Leiche-Teile rum. Oh, Gott. Ich mach schließen. Oh, Gott. Äh, Gesundheit. Geil auf ein Dachschnuggi. Ja, aber ich war ja eben nicht unten. Du warst in dem Haus, welches explodiert ist, als wären da... Ja, aber ich war oben. Aber ich war oben, während Magnus unten gestorben ist. Wer lebt noch so? Also, ich lech nicht mehr. Danke, Schiri. Eigentlich ne ... Ist mega ... Ist mega ... Ist mega ... Äh... Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Also, mir nicht. Mir auch nicht. Ja, ich bin so gut. Ahh, fuck. Öhhh, Checks! Du bist mit dem letzten Schuss in den Chat gekommen. Wo ist Josch? Josch! Zeig dich! Warum? Geht's noch Fleisch um die Nase? Wo? Der Schuss. Er muss wirklich knapp daneben gegangen sein. Der Schuss. Wohin hast du geschossen? Oder hättest du mich auf den Fuß treffen können? Wo ist der Schuss hingekommen? Hinter dir. Oh! Oh! Warte mal, ich stand glaube ich hier. Das heißt, er ging ganz knapp links vorbei. Aber er ging knapp. Ich glaube auch mit kaum einer anderen Waffe hätte ich das geschafft. Nein, die dauert so lange nachzuladen! Die dauert so lange nachzuladen! Nein! Sie war fast fertig! Punchen! Sie war fast fertig! Sie war fast fertig! Ja, denke ich mir auch, Carol, denke ich mir auch. Das denke ich mir so oft. Messer werfen! Punchen! Messer werfen! Punchen! Eine Melee wäre gut gewesen, ey. Eine Melee wäre super gewesen, ja. Oder die Winchester wäre auch besser gewesen. Das war sowieso bei dir super. Winchester. Bei mir würde es Losechester heißen. Das ist richtig. Er muss ja Headshots treffen, ne? Ja. Da läuft eine Katze. Frigo, das sah grad wunderschön aus. Weil man hat einfach nur diese Katze überdeckt. Ja, mehr muss man noch nicht sehen. Ja, mehr muss man noch nicht sehen. Ja, mehr muss man noch nicht sehen. Man hat aber ein richtig geiles. Ja, man hat die Katze auf dem Dach langläuft. Ja, man. Ja, man. Man hat auch gut dort nur... Ja, ich bin der Traitor. Ganz wichtig. Sehr gut, guten Wunsch, Frigo. Ich bin in der Mitte von der Map. Ich bin in der Mitte von der Map. Du kannst gerne herkommen. Ich warte genau hier in der Mitte von der Map. Wo bist du? Ich bin hier. Hinter dir. Hinter dir, du. Alter! Nein, Frigo, geh weg! Nein, Frigo! Weg mit dir! Frigo! Homerun! Geht nur mit! Homerun! Nein! Alter! Ich bin übrigens... Frigo und Carrier sind böse! Nee, Spy is Spy. Super, das ist cool! Carrier ist richtig tot. Frigo, kannst du grüßen, ob sie tot tot ist? Ich glaube, sie ist nämlich ganz tot tot. Oh, meine Punkte. Super. Super. Du bist survivalist? Ja. Nice. Schade. Da sind nochmal Punkte. Moment. Halt scha... Alter! Alter, ja! Wo sind die Cheeks? Wo sind die Cheeks? Die lag hinten an der Ecke. Ja, die hat ja selbst gemacht. Die wollte nicht mehr Detective sein. Genau, da schaffst du sie so falsch angestorben ist. Wo ist die Cheeks? Äh, ja, sie... ja, selbstbewusst. Achso, ja, ja. Ja, ja. Er knärzt sich. Ja. Okay, das ist das. Er hat den Baseball verloren, deswegen wollte er nicht mehr. Oh, verständlich, ja. Ich glaub, GX will noch. Ja. Hast du sie gerade. Hast du. Briggos Traitor, der hat mich angeschaut von 40 Jahren. Du darfst mal reinzuregen, wenn es geht. Vor eurer allen Nasen. Alter. Was? Ich weiß. Ich weiß, dass du... hallo? Aber wo ist der? Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte es nicht. Scheiß Waffe. Alter. Ich hatte schon Waffe, die wollte ich nicht. Alter. Random Tester, um ein bisschen Action reinzubringen. Was? Lass mich das Ding einsammeln. No! Lass mich das Scheiß Ding einsammeln. Nein. Lass nicht. Wieder, wieder. Danke. Ja, ich lebe noch. Ja, ich weiß. Ich hab dich gesehen. Nein! Oh, das ist schlecht. Piu, 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 piu. Oh. Piu. 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 Der Tester hat sich gelohnt. Der Tester hat sich gelohnt. Der Tester hat sich richtig gelohnt. Ja. Der Tester hat sich wirklich gar nicht gelesen. Ich bin so sneaky, ich bin gar nicht da. Ich wollte jetzt noch eine Überraschung erleben, wenn ich ehrlich bin. Ach. Ach. Ecke fest. Aber wo denn? Auf die Tür. Diese Waffe ist sehr gut im Nahkampf Habe ich mir sagen lassen Ich habe das Gefühl, dass ich belogen wurde Beim Kauf Agnus? Ja Ja, wurdest du? Das ist ja fies Wie benutzt man eigentlich? Ah, Sekunde mal Mit hinten links Hinten links? Ja Musst hupen Das ist so richtig Wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Ich weiß es selbst noch nicht genau Ob ich jetzt drüben bin oder nicht Drüben oder nicht? Wo ist denn drüben für dich? Ah, ich habe was gehört Ich bin noch nicht überzeugt Scheinbar nicht Bist du richtig? Nein, das ist ja Sag mal Früge, was machst du da? Ich glaube, das mache ich nicht richtig, oder? Nee, ich glaube auch Also ich habe auch das Gefühl Dass du das nicht richtig machst Aber Du musst noch viel lernen Davon gehe ich auch raus Oh Gott Früge, was hast du hier oben gemacht? Du weißt es selbst noch nicht so genau Komm Jetzt rennt der auch noch weg Die war alles noch gut im Pferdkampf Hören Sie hoch! Das ist doch ein schlechter Scherz hier So, Friggo Machen wir es wie Männer Alles klar, Kroba Let's go Kroba auf der Straße Schöner auf den Hinterkopf Das ist dicke Kroba Danke, wirklich! Ich sehe Aber hat es niemand von euch gesehen, Friggo? Ich habe anscheinend Ich habe mitgemacht! Ja, und Kroba hat mich weggeschossen Jeder hat es gesehen und jeder hat draufgeschossen nachher Aber Friggo hat sich die ganze Zeit irgendwo in irgendwelche Ecken gehauen Ja, und er hat mit viel HP immer überlebt Das hat keine Chance, wenn er die ganze Zeit einfach irgendwo in der Ecke hockt Ich hatte eine Ahnung Du hast was? Es war so frustrierend, mich dann zu sehen Und dann wieder hinterlegt zu werden Und abgesnippt zu werden Ich verspreche, Gixi Ich fäng dir eine Waffe, komm her Weg mit dir Du tötest mich hier gleich Nein, hier ist die Waffe Nee, die ist... Guck mal, hier haben sie sogar Klopäte Ey, Gixi, ich bin echt einer Traitor Traitor! Natürlich bist du Traitor Ja, bin ich auch Ja, aber bist du auch sonst Traitor Ja Ich mein, für jeder Alle sind Traitor, ne? Ja, ja Ja, natürlich Und, Shiri, irgendwas cooles gemacht? Oh nein! Du musst wohl der Traitor-Nichtkeit nochmal ausnutzen Warte mal Hoffen wir, dass dagegen ein Konter-Event kommt Kiri, möchtest du sterben? Ja, ein Super-Konter-Event wird sein Der wäre ja schon so früh gestorben Morspeed und ich fühl mich einfach super lahm Ja, same Ja Also Schneller fühl ich mich jetzt auch nicht Also das ist nicht 50% mehr, sondern das ist 50% weniger Das hättest mich aber also Hast du grad auf Magnus geschossen? Nein, dann hätt ich auf ihn geschossen und nicht daneben Ist klar Ich muss mal kurz telefonieren Ähm, Daylo ist gerade vor meinen Augen jetzt? Nee, wo ist er denn? Ja, er ist auf jeden Fall explodiert Frigo ist telefonieren Ich glaub, er stand eben hier und dann ist er weg Da ist nicht mal ne Leiche Gut War vielleicht ne ziemlich große Explosion Keine Ahnung Hallo Langsam Hallo Magnus? Traust du mir, wenn ich hier mit einer Melone mitbringe? Der hat mich ein schlechtes Gewissen Boah, das letzte Mal, als du mir was mitgebracht hast, was gesund war, hast mich umgebracht Hat Frigo irgendwas gesagt? Ja, aber Ach stimmt Das ist eh vorbei Oh, das tut mir dann leid 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 Warte mal Sind wir jetzt eins gegen eins oder was? Na komm, dann kannst du jetzt nochmal leben Ich hab nicht mitbekommen Ich hab nicht mitbekommen Ich hab nicht mitbekommen Ich dachte, er shoppt da einfach ganz seelenruhig in der Ecke Hat er wahrscheinlich zusätzlich auch Ey, ich weiß es nicht Das tut mir halt trotzdem leid Das weiß nicht Ich bin auch mit einer Hand noch Ja Ich dachte, Aaf kann ich töten Das hab ich nicht gehört Das hätt ich halt nicht geschossen Ich hab mich nicht bewegt für 15 Sekunden Ja, okay Du bist die ganze Zeit im Shop als Traitor Du sagst oft nicht teacen Ich bin im Shop Dann schießt du alle ab Ich Ja, aber Oder bist wirklich im Shop und Knallst dann alle ab Ja Absolute Lüge, die hier wieder aufgetischt werden Jetzt werde ich Traitor Das ist Strafe dafür Äh, Traitor Gerne Das ist jetzt die dritte Runde, die ich hintereinander Detective bin Also Das wird mir langsam aber sicher echt zu random Agnus Wir fliegen Wir fliegen Wir fliegen Ich flieg nirgends mehr hin Wir fliegen Oh, geht nicht hoch Scheiße Die Map ist so viel scheiße Die Map ist scheiße? Hey Wo bist du du? Shiri, hi Aua Shiri, hi Aua Rigo, warum hast du ein Newton Launcher? Äh, Rende Waffen Du hast auch einen Rende Waffen Oh Ich seh Ah Das Event habe ich natürlich nur für Shiri getriggert Ich habe wirklich keinen Ja Aua Ich habe nur ein Messer Hä? Du hast Messer und? Achso Nein, ich habe keinen Newton Launcher, ich habe einen Starbender Ah Vielleicht kennst du diesen Newton Launcher Vielleicht Aua Aua Hey Hey Ausgewichen Und Batz Und Ausgewichen Und Batz Aua, ich wurde angeschossen Ja, mit einem Newton Launcher 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 Das ist was sehen Oh, Hilfe, au Hinter dir geht's hinter dir Au, au, ein Newton Launcher Der hat mir 28 Schaden gemacht 28? Das ist 28? Nein, 28? Aber ich habe 28 Schaden insgesamt schon Aua Ähm Ja, du fällst ins Wasser, Max Oh shit Donk Donk Das war weit Donkyboy Von wo? Ach da Von oben Ich dachte, was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Ich kenne Nachbarn Ich heiße In meinem Gar Wie schade hast du gekriegt deine Rüchte denn gerade davor? Äh, 10, warum? Mal wissen, wie das ist, wenn man Glas beschleunigt Also einfach mal so im Bodygeschoss Das sah aber so aus, als steht da 0,25 Deswegen habe ich gefragt, was da passiert ist Ja, das sah mega weird aus Okay 0,25 Ich habe das Gefühl, irgendwann stirbt jemand nur durch Newton Launcher Ja, ich glaube auch Ja Es sind ganz viele Einsen Wenn es so weitergeht, werde ich das sagen So ein bisschen nur so Warum? Wenn du auch immer am Kanal stehst No Okay, jetzt kein Newton Launcher Hier ist ein Hotspot für Newton Launcher Ups Ne, ich habe auch schon übersteht Nein Dünn, dünn, dünn Ja, ich bin mal Dünn, dünn Warte, Jos Na ein Nein, Knife kann ich sogar mitmachen Tchuuu, du bist tot Tchuuu Oh mein Gott, mein Knife Hür meinen Knife zurück 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 Du hast jemanden gekillt Hau am Dach Hast du jemanden gekillt? Ja, hoi Nein, warum, wenn sie aufschlappt Ist irgendwer schon tot? Ne Hä? Summer Knife Knifeama Knife, Knife, Knife Knife, 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 Knife Knife Hallo, Shiri Hallo mit dem geworfen okay ich bedanke mich ich darf mich bedanken für das zuschauen der folge und bis zum nächsten mal